die Grüß Gott meine sehr verehrten Damen und Herren zunächst in Folge Krantheft Auto Krantheft Auto 5 und jetzt mache ich mal so ich halte für jeder roten Ampel nein wir spielen hier nicht irgendwie in Polizeisammlator das ist nämlich das und schnell das Beste was man machen kann in GTL für die roten Ampel halten und weil irgendwie habe ich so das Gefühl die haben da irgend so ein Cheat eingebautes für jede Welt dass jeder Ampel automatisch das Wort ist was er hier wird jetzt nicht in meinem klar mit dem Weg lag und jetzt hat das Spiel gemerkt dass sie eigentlich rechts abbiegen will so wir müssen wieder zu sein was bisher geschah was ist das Fragezeichen hier das heißt Fremde und Freaks fahr mal hin klingt geil hoffentlich sind's Freaks jo nigga hallo hoffentlich sind's Freaks wie nennst du die Typen hier die in dem Spiel mitspielen ja du hast doch gesagt unbekannten Freaks hast du doch gesagt was damit ich um oh das ist die Welt der Schiene ne Tashana ich hoffe nicht weil die ist jetzt nicht wirklich oder ja und nach dieser Szene die sie hier macht das fahrst du lieber hier steckt die damit ein oder was oder nicht da ist auch eine Steuer oder Nebensteuer Tronja ist das Tronja ja da steht er kannst die auch schleppen du kannst ja deine Karre abschleppen ja geil jetzt hab ich sogar noch die bessere awesome kann ich die anschließen ich glaub ich versuch's lieber nicht ne versuch's lieber nicht danach ist die Mission gescheitert ist ja gut ich steig ja schon einmal ach du scheiße das geilste Fahrzeug das man nur kriegen kann die fette LK auch in der höchsten Geschwindigkeit in dem wir fahren können wir fahren nach links hm und mein Mann Franklin und mein Mann Franklin wir sind hier für JB du bist 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 du leid 됩니다 glaube ich du Group du in will Los A 견 Ist wahrscheinlich kürzt den größten Majesty na St entschlägt nicht Ich sag da Abschleppwagen, Abschleppwagen, hier kannst du mich mal abschleppwagen. Da ist ja heute was Gutes eingefallen. Da ist das letztliche Auto. Ach du Hör. Ich muss die Kranau ranheben. Das hab ich schon bei Bacca Simulator nie gekonnt. Ich bin gerade raus hinaus. Okay, alles klar. So gut. Kannst du nicht noch ein bisschen nach oben heben? Guck mal nach links. Oh, das ist auch geil. Radius in der. Och nee. Langsam ranfahren. Hoppla. Sehr langsam. So jetzt. So jetzt. Hört sich an wie eine Schusshuppel. So I ain't seen you around the hood much. Und der Opa auf die Spente. Ehh, wir haben jetzt Haares. Ach so je. Niga, 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 niga. War so eine Montage zusammen passen. 10 Minuten haben wir schon mal. J.B. smoking but he ain't smoking honeys. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. You listen to you, big boy. You listen to me, big boy. Fier zu fier. Okay, wir machen den Traum, wo er die Waffe. Du hast die Waffe, die Waffe. Das Auto sieht jetzt noch schlimmer aus als vorher. Die Ablieferzone. Setz das Ding ab. Darf ich mal kurz zusammenfassen, was ich jetzt gab. Eine Frau hat mir erklärt, wie ich einen Abschnittwagen zu finden habe und ein Auto abschleppe. Geh schön. Gut. Ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt schaust, ob das Ding geht. Ich bin... Du nimmst dir nicht das Ding, ja? Damit wir uns klar sehen. Klar sehen. Ja, klar sehen. Ja, ich sehe auch klar. Ja, nimm das. Ja, da hat sie noch was zum Job erzählt. Ja, renn davon. So. Jetzt wieder zum... Oder zum R. Nee, jetzt geht's zum... Zum Erhard. Nee, jetzt geht's zum Scribdum. Da waren wir doch schon. Ja, und? Jede halbe Stunde einmal Scribdum. Egal. Das ist F, Franklin. Gehen wir mal. Ja, gehen wir mal zum F. Ey, wir sind doch Franklin, hä? Stimmt nicht. Egal, machen wir's mal. Vielleicht ist das Franklins Mom. Du fährst ja in die falsche Richtung. Ehrlich? Mhm. Hat's auch gerade aufgefallen. Haaa, schön. Was sagt das beinahe? Du fährst schon wieder in die falsche Richtung. Wieso? Ja, jetzt, wo das Navi gewechselt hat. Aber gerade eben... Hättest du da schon lange umdrehen, also... Ich freu mich schon, wenn ich dann aus der Stadt rauskomme und da gibt's dann auch eine extra Seilwahl. Und alles. Das ist dann wie bisher gleich. Auf dem riesengroßen Berg. Ja, das Hinterland, ja. Das ist bestimmt auch geil. Da kommst du dann von der Wiesenstadt und so riesengroßen Gedirge mit... ...Nurz? Mit... ...Seilbahn und alles. Das ist bestimmt so bügelbar. Gehen wir's mal in die Kirche. Sonntagabend ist das mal. Zeitverkehrt. Ja. Wahrscheinlich, wenn du jetzt zusammen mit deiner Mom gehst, dann musst du eh wahrscheinlich in die Kirche. Ja, in einer der... wo gesungen wird... Hallo, was steht in der Karre? Mann. Das ist ja der... ...sprecherlich die Karre automatisch steigt. Oh. So. Opa. Steigt. Oh ja. Was? Jetzt die Bullen kommen. Okay. Ey, das ist mein Grundstück. Da darf ich machen, was ich will, aber... Da spiel ich mein eigenes Fenster an. Aber es passiert jetzt. Aber es passiert jetzt. Das spiel ich mein Haus. Ja. Das spiel ich n胸. Okay. Das ist doch plain fotografiert. Genau daiquer. Da sagst uns doch mal. Aber du kennst ja die Zeit Denn ich zumALL. Ja, CP Gott. Aber ja ich bin glaube ich. Was Make-up? Waters стоi. Darin Khiurei aber. Diese時 nicht. 4 sich für mich eher nach Folter aus und nicht nach Tränen können sie war das gerade immer auf Eiflut er verwiesen und das Ding habe ich vorhin versucht, mich auf mein iPad zu laden, aber mein iPad hat nicht genug Speicher, danke dafür. iPod, iPod, sorry. Dort kann man dann Sachen unterladen und diesen Hund, den wir hier unten sehen, um den können wir uns dann kümmern. Wir können ihm beibringen, Sitz, macht Platz, Kotz und scheiß in die Ecke. Und man kann ihn auch füttern, mit ihm ausgehen und so ganzen Schüssen. Und so wie sich der Hund dann am Ende fühlt, überträgt sich das auch auf Nigger. Äh, Franklin. Also so verstehe da. Blöderhund. Das ist ein VW. Nehme dir. Ne, das ist so aus. Für du den Schwachkopf. Für du den Schwachkopf. Für du den Schwachkopf. Seid haz da auf Bruchbrüche. Gondor kopiert. Dorn. 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 Noch besser. Dorn. Hütter in die Kühe. und dort der Steckerscheinchen der Grundstück ich kann es nicht mehr traurig ich habe es nicht mehr vorhanden wir werden ich wollte ich noch eher wegfragen ich werde der Welt ich habe nur noch eine Knarre der Welt zu tun die Funde zugeschaltet sind ich verweist mich das war die Stadte und die Stadte nicht kennen die Kontinente aber auch der Ort und das was? Live? Seoul. Seoul. Da wollen sie Koreaner und sie ist Seoul. Kimi? Unter der Kim Jong? Kim Jong? Nee, eher die Südkoreaner. Meine besten Freunde. Ja. Gibt's nicht auch in irgendeiner amerikanischen Stadt? Germantown. Nicht in Chinatown, sondern Germantown. Ich kenne sie sogar in New York. So eine Ecke, wo sich nur Deutsche treffen. Ja, ich kenne die nicht. Hoppla. Hoppla. Ja, Hoppla. Entschuldigung. Ja. Ich finde die Katzen ist dann auch komisch aus. Darf ich dir nicht erinnern? Nee. Oh, halt die Fresse. Es fängt dann wirklich nochmal zu game hier. Ich hau die gleich raus, ja. Wollte ich auch grad sagen. Entschuldigung. Entschuldigung. Och, Köter fest. Bist der gleich am 4. Danke. Dann kann ich von Köter freilassen. Wischte, die Antel war schon wieder rot. Hester links, links, links. Hester links, links, links. Man fällt das erste Mal ein Nigger ein gegen Boralajin. Suck. Ach, jetzt sind es ja Frauen in the game. Ja, Nigger, ja. Die Pille eh. Kennst du die auch hoch? Nee. Nigger. 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 Komm laut. Sag das jetzt. Der wurde wahrscheinlich kalt gedrückt. Nee. Ich hab R2 gedrückt. Ja. Komm fahr. Du den hatt. Nee. Nee. Danke schön. Kopf auf den Sicherheitskur. Nee. Ja, und der ist schlecht. Jetzt fährst du in die Fallschirche. der fährt er ist schon wieder nach rechts gefahren ich weiß schon, da ist er auch gleich mit Beutung ja schon ob du ihn wieder so aufholst hast er wartet auf mich, dankeschön kann er mal aufkommen zu geilen bitte, so wird mich aber er hat angehalten, oder? fahr gleich links, der fährt durch eine Seitenstraße nee, Quatsch ja dann, ja ja, ich versuche zu machen, das ist egal ja, das ist nicht so du bist scheinert worden so, so was machst du denn, englisch? was machst du denn, englisch? guck mal das gibt's doch nicht du musst X drücken drück erst das X, damit er schneller rannt die ganze Zeit hier auf X haut, oder was? die ganze Zeit hier auf X haut, oder was? schreien schreien entschuldigung schreien 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 aber schön über die Schiene kannst du gleich wieder Zugflummel aufschwimmen äh, anke? Nur da so. Geil, dass er sich so dumm anstellt. Mein Gott, da bin ich ja noch besser gewesen im Sport. Du weißt, dass er sich auf den Zug... Ich hab schon gedacht, er will jetzt den Gleise springen. Den Zug kannst du, dann könntest du doch auch einen... ...Chainson Leise springen. Scheiße, jetzt hab ich den Film gemacht, hätte ich nicht mal noch wollte. Ja, GTA wird dein neue Train Simulator. Ich würd's schon sehen. Wir sind eh schon über der Zeit. Ja, schulde. 18 Minuten. Okay. Ciao. Ja, dann, nigger, alles nigger, gell. Tschüss. Tschau dir nigger. ... ... Vielen Dank.